So ab nach oben. Wo sollen wir jetzt hin? Na dann können wir erstmal ein bisschen questen. Genau, stimme ich dir vollkommen zu. Sechs Stücke und vor allem. Dann kommt der, ist der schon raus? Auf gehs. Wartet auf mich. Musst gerade eine neue Rüstung anlegen. Ne, das ist nicht drin jetzt. Doch, muss dran sein. Wie toll war das erste Buch? 11 Silber, ne? 10. 10 Silber ab Level 11. Nicht 11 Silber ab Level 10. Egal, kauf ich mir schon mal. Oder? Ach ne, ich warne ein bisschen. Wieso läuft ihr? Ehrlich? Weiß ich nicht, um die Umgebung zu genießen vielleicht. Ach. Kann man beim ersten Durchlauf machen, nicht beim zweiten. Ja. Habe ich daran nicht gedacht, an den Wegpunkt. Also dann waren wir jetzt eigentlich im Prinzip genauso schnell wie du. Ja, weil ich einfach auch mitgelaufen bin, deswegen. Mhm. Also hast du selber nicht dran gedacht? Hm, später erst. Ähm, wo dann jetzt mal unten, wo dann hingehen questen? Was soll die Frage überhaupt? So, so. Wir haben doch hier oben das schon alles fertig. Und töte es einfach die arme Ratte? Ja, Ratten haben es verdient zu sterben. Nein. Doch. Ich würd sagen erstmal nach Norden, dann nach Süden. Ist da wer müde? Mhm. Aha. Oh, ich weiß nicht, wenn man so langsam ist. Wieso langsam? Ich langsam bin. Aha. Ist doch ganz normales Lauftempo. Ja, tut mir leid. Mit meinem Dieb habe ich halt 35% mehr Lauftempo drin. Mit Angewohnheit, dass man schneller läuft. Anwesen des alten Herzoges entdeckt. Ist nicht voll geil. Ja, komischerweise hatte ich das schon. Obwohl ich ja auch noch nie war. Genauso wie die Wegpunkte. Verfrug? Was hab ich denn hier? Ja. Unheilfeuer Dampfstreitkolben. Habe ich auch gerade bekommen. Ne, Dampfschleuder. Also Harpunen. Also Harpunenschleuder. Falls verbraucht. Hey, da liegt was. Oh, ne Flaschki. Äh, hier ist ein Geist. Egal. Yeah, feurige Aura. Boah. Oh, jetzt muss mal die Kackflasche loswerden. So Jens, jetzt haben wir alles über. Toa lange. Nutzt irgendwer nen Kriegshorn? Ich gerade. Aber nur zum Fertigkeiten erlernen. Okay. Ja, blockt auch noch mehr. Danke. Oh Gott, gleich tot. Wie wärs? Mal mit heilen? Ja. Ich hab so nen Kackspack. Ich muss erstmal nen Rufen halt herbeibucken. Dann wechseln die da um. Kann ich noch nicht. Eigentlich haben wir schon zwei Fertigkeitenpunkte. Ne, hast du noch nicht. Aber trotzdem müsstest du schon einen haben. Hab ich. Ja, dann nimm den mit den Zuständen entfernt. Ich bin Stufe 4. Ich kann jetzt auf Stufe 4 nicht. Ach so. Aha, okay. Wusste ich nicht. Kannst du nicht auf Slot-Fertigkeiten klicken. Ich weiß schon, weil er grad im Kampf drin ist. Man kann nicht auf Slot-Fertigkeiten klicken. Ja. So geht mein Typ mal hier wieder. Vor allem, man muss nur in die Luft schlagen. Und er fängt mit seinem feurigen Blocken an. Was macht das denn bitte für ein Sinn? Aua, Aua, Aua. Ach Marcel, liegt doch nicht auf dem Boden rum. Ist aber so gemütlich hier. Hier war grad so ein fettes Grasbüschel. Ach man, oh. Nicht faul rumliegen. Ich hole mal die Eisenlegion wie ans Leben. Was tust du? Ich hole die Eisenlegion wie ans Leben. Kannst du auch nicht auf uns warten. Nein. Achso, okay. So ein Drang, einfach fortzurennen. Merkt man. Wo hast du aber gerade angegriffen? Mhm. So ein kleiner Nachteil an dem Drang. Geh, wenn wir hier unten lang? Ja. Weil wie weit er springen kann, das ist voll abnormal. Alter, kleiner Krieger. So, fertig. Yeah, 60 Kupfer. Aber nur 27 selber. Ding, ding. Ach, du bist so langsam schlimm. Wir können dir leider auch nichts mehr schicken. Wurde er leider gebafft. Äh, nicht gebafft. Ähm. Ich bin bereit, diese bösen Wochen hier auszuprobieren. Ich bin bereit, diese bösen Wochen hier auszuprobieren. Wir brauchen nur ein paar Freiwillige. Warum? Feiner. Heißt das, ihr habt nicht mal ein paar Laborassistenten für solche Fälle hier rumlaufen? Was seid ihr denn für ein Erfinder? Was seid ihr denn für ein Erfinder? Was seid ihr denn für ein Erfinder? So, erstmal zu dem Typen hin und das Gewehr holen. Ach so, fangt den Geister-Sammler-Geister. Genau. Fehl im Gewehr haben. Ui-hupp. 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 Komm. Nicht sterben hier. Ja. Einmal gut durchgebrutzelt, den Geist. Pettler wieder beleben. Genau. Für alles XP mit Nemo für mehr XP kriegt, ne? Eben. Mit dem weg, ne? Nimm mal alles gut durchbrutzeln. Oh, wer kickt die denn immer weg? Geht's halt Arian zum Level ab So Halte da einen vor 5 gedrückt, da macht ja am meisten schade Gut Halt bei der 20 Sekunden CD Mache ich lieber 1 als Auto Attack Immer noch mit am besten Glaub manche Leute verstehen auch nicht, dass man die Waffe dafür benutzen muss Hm Sie werden immer mit ihren normalen Waffen angreifen müssen Ja 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 ja, wer lesen kann ist klar ein Vorteil Ist doch überall so Ach Level 10 sind die Gegner jetzt schon Cool Ist doch nicht so als wäre es ein Level 6er Event ne Hm Hm Ja nochmal hier das Eisen mitnehmen 15 20 20 An 20 21 23 21 22 Wegschmeißen und weiter geht's Gut Hey, jetzt hält er hier gar zu schön auf Er ist kaputt Nichts Was du da machen Was ich hier machen, ich renne jetzt in den Süden, wieso? Stanzte die ganze Zeit so rum Ja, stelle vor, ich hab auf euch gewartet, Jens Ah, ja Ah, der Checkpoint hier war ja unter, oder? Ja Kann los auf die Erde elementar Ah, sowas war Aber nicht unbedingt wenn sie Level 10 sind und einen One-Hit Wie, Quatsch, die One-Hit? Nein, doch nicht Nein, sie haben hier nur grad von Full-Life auf 80 runtergehauen Quatsch Dann sollte man noch ein bisschen leveln, ne? Hm Und mein Eventar ist voll Toll Sammelgegenstände lagern Äh Gibt nicht viele Sammelgegenstände, oh, Harpion-Moral Harpion-Event Liegt denn da so schön? Das liegt wo so schön Na, irgendwas ist eben so ganz krass nach oben und ganz krass nach unten denn Hä Okay, warum kriegt man Zimtstangen aus Bäumen? Naja, egal Naja, das nächste was, äh, End-Account gebunden wurde End-Account gebunden Also ist dann ein Haser Ah, ist trotzdem ein geiles Event hier Kann man auch nicht viel mit Blut sammeln Jupp Ja Das wissen die meisten nicht Mhm Wusste ich auch nicht Harpion droppen am meisten Blut Ich dachte, man diesen Spiel auch los Und Scharztorfen am meisten klauen Wieso wohl auf? Mhm Voll komisch So So, schon drei Fiolen Ich frag mich gar nicht, welche Waffe mir jetzt noch fehlt hier Langbogen, Axt Großschwert, Streitkolben Habe ich aber alles noch nicht Wie schwer hat denn da Begleiter? Boah, bei mir lag das voll krass Bei mir läuft es jetzt wieder derjenige Masseflüssig Anfangs hat es bei mir gelackt Oh, doch Event direkt Oh, die sind doppel-Events Ey, man soll jetzt begleiten und... ach Gott Da sind zwei auf einmal gespawnt Geil, dann begleiten wir ihn mal Kommt ihr? Hier sind nämlich auch jede Menge Harp hier noch Habe ich da noch gespawnt sind Ah, halt Nein, er zählfährt Wie euch tägliche Herausforderungen fast fährt Mal lass uns gucken, was der hier verkauft Erzählt die tägliche Herausforderung für alle, oder wie? Ja Das ist auch account-übergreifend Genauso wie die monatlichen Der verkauft einen Hammer Hammer war jetzt zweihändig, ne? Gut, mir fehlen 3k Hammer dafür Loll Oh, 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 oh Wir wussten Dickes Gemetzel Einfach mal AOE reinjagen Das ist immer am sinnvollsten Sei denn es ist nur ein Boss da Dann ist es recht... sinnlos Ich weiß sie nicht. Ja, schon klar. Angstpegel. Pegel der Welpen. Achso. Okay. Das ist ein Trocken. Ja, auf jeden Fall. Ihr wisst aber, wie die Ascalonia zu geistern wurden, oder? Aber selbstverständlich. Schicksalzerns Armee hat sie zu Tod erschreckt. Hm, nein. Er ist hinter mir her! Juhu! Wie wurden die zu geistern? Machst du helfen? Bitte was? Wie wurden die zu geistern? Indem der wahnsinnige König Adelbeeren das Feindfeuer ausgelöst hat, und damit alle Char in der Umgebung getötet hat, aber dafür auch alle Menschen, und alle Menschen wurden dann zu rachsüchtigen Geistern. Und das werden wir auch noch im Verlauf des Spiels genau erfahren. Genau. So, Stabfeuer durch, jetzt gibt's Stabwasser weiter. Guckst du scheiße, hab ich ja auch E-Effekte drauf. Määm. Geister, wo seid ihr? Hallo? Geister? Ah! Geister. Geister. Weiß gut. Ah! Geister. Ich sehe sie durch. Ahhhh Im Prinzip hat doch eigentlich der Elementarmagier mit am meisten Fertigkeiten oder? Doch wohl eher der Krieger Nein ich denke eher der Krieger zumindest von der Kombinationsmöglichkeit her Vor allem weil der Elementarmagier nur ein Waffen-Set tragen kann Ja genau ein Waffen-Set aber 20 Fertigkeiten pro Waffe Genau So Doppel-A-O-Komm Mach doch mal AOE Spells hier Kann ich mir irgendeine Waffe finden die ich noch skillen muss? Brauchst du ein Schild noch? Nein Ich brauche noch ein Hammern, Langbogen, Axt, Großschwert habe ich noch dabei Kann ich aber erst noch neuen tragen Und Streitkoll Das waren ja eigentlich Trophäen Ich habe gerade fast Weiche Holzblöcke Achso Trophäen, 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 das wären Trophäen normal Kannst du verkaufen Kannst du verkaufen Ja Oder meinst du jetzt die Handwerksmaterial Blutwasser Also als Beispiel Axt kaufen und klauen oder so hat Ja Kannst verkaufen Ist ja gut Ist ja gut Wie bist du da? Mann Ich übe hier meine Knurr-Technik Oh, ich dachte schon du müsstest kübeln oder so Er liegt hinter mir her Ich bin zu hübsch um zu sterben Oh mein Ist so hübsch um zu sterben Achso Na dann Dann wollen wir mal seine Schönheit beschützen Oh yeah, eine Pistole Die du nicht benutzen kannst, ne? Was soll ich mit Pistolen? Nein, ich kann nur Kurzbögen benutzen Langbögen Langbögen Und Gewehre Und Gewehre, ja Haben die überhaupt nen Plan, wo die eigentlich hinwollen? Weil hier sind sie auch schon am Anfang langgegangen Ne, eben sind sie nach unten langgegangen, das hoffen sie hier oben lang Ja, aber trotzdem waren sie ja schon hier oben So ne Umwege, wie die laufen Keiner, wo die hinwollen Du musst nur ja da sein Hey, dein Mordhörfleisch ist in meiner Jagdbutter Auf meinem Mordhörfleisch ist deine Jagdbutter Hm Er ist hinter dir her Ich könnte mal Ja, und so geht's auch Wo hast'n Ja, ich wollte mich gerade healen, aber das habe ich nicht mehr rechtzeitig geschafft Du hast tot und hab'n sofort wieder gelebt Ha, voll aufhänd'n zu vorteilhaft, wenn so viele Leute hier sind Auch wenn aufhänd'n gespielt'n alle Level 10 sind Hm, weil's eigentlich High-Level-Leute sind Unseck Oder meinst du jetzt Achso, du meinst die Ich dachte doch Ah! Ich mach'n zu viel Schaden Ich lebe's doch schon wieder Trotzdem machen die zu viel Schaden Das kann kein Mensch wegheal Ne, ich auch nicht Pfff So, das Petman wieder Ich hab'n der Gerät gefunden Der Gerät? Hm Hier, der Gerät Oh ja, die Quest war voll gleich Ja, Level Up So, jetzt habe ich'n Doppelschwert Und Dann mal jetzt nach Süden Solange uns kein Event aufhält Wurden aufgehalten, warum? Es war ein Event auf dem Weg Als ich zum Ausgangspunkt zurückbrachte Hm Blau wer wursch Blau wer wursch So, ich kann schon kein Rezept mehr herstellen Na egal